Hallihallo meine Lieben und Willkommen zurück zu einem neuen Video von Dead by Daylight. So, mal wieder ohne meine besten Freundin, aber ich hoffe das nächste Video wird wieder mit meiner besten Freundin. Ja. Wir haben eine See. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du. Ich gehe das herunter. Ich gucke mal hier ob hier irgendwo Totems stehen. Keine Toten, da ist die Nürzien. Du Generator! So, aber klar, der ist schon Zweiten, nicht Presse. So, jetzt kommt die Nürzien. HIGH GAN RAIDER, aber es ist leider nicht vorbei Sie campt leicht Hier ging der Erste an So, der ist hin Ok, der ist runter Dann laufen wir mal hier zu unserem Generator Ok, der hat aber nicht getunnelt Oder eher, I don't know Aber campt Schon ein No-Go Für mich Aber Natürlich kommt sie wieder zu mir Gott Ich Auch Super Bleib bitte stehen Hallo, stehen bleiben Ich heile dich Ich gucke mich auch extra dabei um Oh So Fiskal Lass mich bitte diesen Generator zu Ende machen Na Syrah Ohlala Ja, ich bleib wieder Natürlich hängen Was man kennt Oh Da war eine Kiste Ich brauche Kisten Könntest du mich bitte in Ruhe lassen Ich brauche Kisten Ich wäre dir sehr verbunden Wenn du mich in Ruhe lassen würdest Und könnte mal jemand den anderen Typen da abhängen Danke schön Ich lege Ich lege Sie hasst mich Hätte sie Movi dabei Würde sie mich bestimmt Movi Ich glaube, da wäre mein Generator an sich angemacht Wie ich so weit gebracht habe Wir hängen mal wieder um Fluchtversuch machen wir jetzt nicht Weil es sind nur 4% Was soll das sein? Ich hebe Oh Das ist er ab schon wieder Ja, ist geil, ne? Ich gucke hierzu, wie ich abhänge. Oh ja, danke schön, Aura. Dann ist es auch schon wieder. Oh ja! Aua Muskelkater Kannst du nicht wieder aufheben? Wo bin ich denn? Egal wie alle da hinten fassen Und so Rainbow und Pixel Man darf den Haken nicht sehen Der ist verpixelt Why? Achja Kleine Camperin und Hundlerin Oder Kleine Camperin und Hundler Ja, komm doch wieder So, heili heili Ja, du darfst mich heilen Jesus Dankeschön Hier ist der Generator Da Setz mich direkt mal drin Dieser Haken da hinten hat auch schon viel Bock mehr Der hat keinen Bock auf dieser Map zu sein Zurück Zurück generatoren Oh nein Da geht du meine Kabel hier los Kein Problem Mach einfach weiter Okay Wenn wir ihn haben, haben wir alle Generators Oh mein Gott Ja la 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 Yeah Okay Da zum Ausgang Das ist mein Bock Flackern Sooo Die geht erstmal nach da Ich glaube ich noch erstmal Ja Ich hole sie runter Und natürlich kommt sie direkt wieder Oh nice Also Der Ausgang verpixelt Natürlich kommt sie hier hin und hat auch noch nöt Ah Schön Ja Das ist dann mein Todesurteil Jo Ich würde sagen Die gehen uns dann Gleich In der dritten Äh In der zweiten Runde wieder Ja In der zweiten Runde Das war ja gerade erst die erste Runde Das war ja gerade erst die erste Runde Also bis gleich Bis gleich Und somit willkommen zurück zur zweiten Runde So, da ist der Generator Todesurteils Weil ich jetzt schon Wenn ich schräg an einem Generator starte Und der Killer ist auch direkt schon irgendwo Die sind Da kommt er Na Halt 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 Ohohohohoh, im Keller. Todesurtreib. Das drückt runter. Perfekt. Lieschen hat schon ein neues. Und da liegt es auch. Und ein Generator. Hier hinten ist aber schon drauf bei einer, oder? Komm du. Da. Wo ist die Stadt? So. Die hält ich jetzt mal aus. Und unten. Ja. 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 Guck, wo kommt der? Wollte ich reden für mich, irgendwie Komm, ernsthaft? Nur weil ich den Generator weitermachen sollte? Ha! Damit hast du jetzt nicht gerechnet, wa? Könntest du nicht zu der anderen Versuch zurückgehen? Ginge das? Könntest du auch von Abkürzung mitzunehmen, ob es das war nicht durchdacht? Jetzt hätte ich gerne umbuxen! Danke, Meg! Jetzt geh bitte zu der anderen! Ich versuch mich hier zu heilen! Mist, das gehört nicht zu der anderen Seite! Ich bin der Mann, der steht jetzt im Nies! I love you Dankeschön. Aber er ist eh hinter mir her. Da dachte ich ja. Du kleiner Tunneler und Camper. Schade, dass man die hier immer noch nicht melden kann. Das wäre so nice. Das wäre so nice, so nice, 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 nice. Hi, langschönleg. So, da liegt die andere. Dankeschön. Oh, ein Generator, der ist aber weit runter. Okay, diese Konditioner. Ach, mein Killer, der will eh mich. Mist, die Palette ist schon gezogen. Ach, hi, Mac. Also, dass die jetzt in die Reifen da gerannt ist, kann ich ja nix für. Talala, warum Mac rennt hin? Mac rennt auf die Latte. Wohne auch nicht, doch... Natürlich, er lässt ihn in Ruhe, weil er mich will! Natürlich, weg! Also, wer kennt's NICHT? Warum suchen solche Hu också十 ano? Stell' mal söhnen... Schalalalalalason! Du bist ein Schalalalalason! Schalalalalalala! Der ist natürlich auch noch schön abgecampt. Im Prinzip eigentlich direkt disconnecten, den die Punkte gar nicht gönnen. Du bist so schwer, aber... Naja... oh oh I hate you so much Ich würd dann sagen, wir sehen uns gleich in der dritten und letzten Runde wieder. Also, bis gleich. Und somit willkommen zurück zur dritten und letzten Runde. Hi, alle direkt hier versammelt, hu hu. Hier ist direkt die Generator. Wir benutzen direkt mal unsere braune Box hier. So, Hi Mac. Hi Bill, Hi Mac. Ähm, man kann hier nur zu zweit am Generator sitzen. Lehrer also, hm, nice, wenn ihr euch einen anderen suchen würdet. Von dem seid, glaub ich, neu. Kann das sein? Weil ihr neu seid. Hiiii. Das Spiel ist eigentlich ganz cool. Kann aber auch ganz schreif sein. Ja. Ja. Oh, Bill. Was machst du denn da? Ich war da mir im Weg. Ich wollte die Palette eigentlich ziehen und ins Gesicht gehauen. Aber... Billy Boy war im Wegweg. Oh, die sind bei uns noch. Ähm, verkackt. Ich bin hier. Ich bin hier. Bleib mal hier. Siehst du uns? Hi. Hi, wir sind hier. Lass auf den Zerträger. Uncool. Nur dann macht man nicht. Ich bin hier. Machst du jetzt wusch wusch? Ja, du machst wusch wusch, ne? Ja, komm. Ich bin nicht doof, du machst wusch wusch. Ja, ich wusste es. Und tadaaa. Ich wusste, dass du wusch wusch machst. Was? Hallo? Ich bin hier. Hallo? Hallo? Das ist aber uncool, dass du so schnell das Interesse an mir verlierst. Okay, wir suchen uns einfach einen neuen Generator. Ah, den da oben. Können wir schön alles sehen. Die Griller und den Police. Nice, da ging ein Gentleman. Er verkackte es, sorry. Da kommt Killer. Hei rennt besser weg. Ähm... Find ich Gon cool. Ja, ist ähm... Wieder selbstverständlich. Man ist schon längst drüber, aber... Man hat getroffen, wie man da immer so schön kennt, ne? Schi-la-li-la-li-la-lu-lu. 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 Na, sieh das. Ja, gehst du da runter, Fräulein. Ich glaub, du spinnst. So ist meine Selbstheilung. Best Perk. Oder eine mit der Best Perks. Schi-la-li-la-li-la-li-la-li-la-li-la-li. So geheilt. Kommt sie? Kommt sie nicht? Kommt sie nicht? Kommt sie nicht? Sie kommt nicht. Kaimack Ah, ah, so beautiful Lass bei dir mehr Aber kein Problem Oh Gott, Adam. Oh, okay. Oh, okay. Nice! Noch 3 Stück! Wo bringst du die hier hin? Yes! Ich will die wieder liegen! Tut mir echt leid. Also, ich hab beim Besten versucht, ne? Hab ihr die Palette ins Gesicht gehauen. Ich hab eigentlich damit gerechnet, dass sie mir hinterher kommt. Damit ich mir das eigentlich denken kann. Sieht ihr mit. Dann mach ich mal weiter. Ich geh abhängen. Da geh mal wusch wusch. Hier hin. Oder? Ne. Okay, krass. So, ach du bist auch hier. Dann, behal dich doch nicht hier Mädchen. Lauf, 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 lauf. So, ich hab jetzt einen Schlag für dich eingesteckt. Äh. Ach, verletzt. Unterliegte. Wissen glaub ich wieder, oder? Doch, ich weiß es grad nicht. Ich weiß nicht, ob die Fläche ist, oder nicht. So, viele Verletzte. So, er ist immer noch da. Wieso kommt es nicht nach hier? Okay, das heißt, ich muss den jetzt erst fertig. Abblinken. Abblinken. Ach, ne, die hat man anders gesehen. Okay, dann. Komm ich dich mal runter holen. So, und jetzt lauf weg. So. Jede Generator ist nicht an. Ich weiß noch erstmal das Totem. Bevor das nachher zum Nöd wird. Hing ich eigentlich schon? Ich weiß grad nicht. I don't know. Nice! Cool. Äh, cool. Äh, ja. Äh, da. Ein bisschen überfordert. Dann gehen wir hier hin. Irgendwann nehme ich noch eine Truhe, die würde ich gerne aufmachen. Ein Ausgänger, der hier ist direkt auf. Ah, die rennt weit raus. Das ist klar. Und warten wir nicht. So, okay. Aber hey! Billy Boy! Keine Panik. Ich lass dich nicht hängen. Und die Mechang lässt dich auch nicht hängen. So, hier runter, raus! Okay, nicht da rein, aber... So, hier runter, raus! Okay, nicht da rein, aber... Wie die ihn jetzt aufhebt. Wie die ihn jetzt aufhebt. Ja, und sie hebt ihn auf. Oh, der Arm, er tut mir voll leid. Lass mich heilen. Tut mir leid, Billy. Aber ich verarsche ihn mir schon mal an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr... Lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns das nächste Video. Bleibt gesund und... Bis dann! Ciaoiii!